In dieser Episode berichte ich euch von der NFT NYC. Das ist die größte NFT- und Web3-Konferenz der Welt, die diese Woche in New York stattgefunden hat. Hallo und herzlich willkommen zum Bernhard-Neumann-Podcast. Hier bekommt ihr wie immer Insights, Einschätzungen und Wissen rund um die Themen NFTs, Web3 und Krypto. Ihr hört es vielleicht schon, ich bin ein bisschen heiser. Die letzten Tage waren intensiv hier in New York, aber umso schöner so viele Gespräche, so viele Eindrücke und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich möchte euch meine Insights weitergeben und vielleicht auch ganz kurz vorab ein Gefühl geben, wie das hier in New York so war. Das ist tatsächlich die größte NFT- und Web3-Konferenz der Welt. Was heißt das in Zahlen? Und zwar haben sich 15.000 Leute direkt für die Kernkonferenz angemeldet. Ich würde aber behaupten, die Grauziffer liegt dann eher bei 20.000, 25.000 Leuten, denn die meisten, tatsächlich sehr viele auch in meinem Umfeld, haben sich nicht das Ticket für die eigentliche Konferenz geholt, sondern dadurch, dass so viele Satelliten-Events geschaffen werden. Das heißt, ganz viele Projekte sagen, ja, wenn wir schon alle zusammenkommen, um NFTs zu feiern, um NFTs weiterzubringen, dann machen wir auch ein Event. Und so war das auch für mich. Ich war auf sehr vielen Events abseits von der eigentlichen Konferenz, allen voran vielleicht das recht populäre ApeFest. Das heißt, die Leute, die einen Board-App-Jachtclub-Affen oder Mutanten haben, die dürfen daran teilnehmen. Und das war ein sehr antizipiertes Event. Und ich muss sagen, es war auch echt eindrucksvoll. Ich war am letzten Tag nicht da. Da ist dann Eminem und Snoop Dogg aufgetreten. Aber ich habe auch ganz tolle Künstler, Künstlerinnen gesehen. Und somit ein ganz großes NFT-Fest. Die ganze Stadt irgendwie hat von NFTs geleuchtet. Auch natürlich auf Times Square wurden viele der Werbetafeln für NFTs gebucht. Und ich muss sagen, für eine riesige Stadt wie New York ist das durchaus beeindruckend, dass man, glaube ich, tatsächlich gespürt hat, dass hier ein NFT-Event da war. Alles in allem, das ist auch vielleicht schon mein erster Punkt. Bei solchen Events werden NFTs dann doch immer noch ein bisschen realer. Auch selbst für mich, der durchaus extrem an die Technologie glaubt und auch an die Zukunft der Sache. Aber wenn man dann im echten Leben sieht, wie hier 20.000, 25.000 Leute mit Nachdruck, mit Passion diese Sache verfolgen und unter diesen Leuten sind die größten Künstler, Künstlerinnen der Welt, wirklich ganz tolle UnternehmerInnen und unheimlich viele Menschen, die so viel Energie da reinbringen, dann ist das ein tolles Zeichen. Ich habe auch sehr vielen KünstlerInnen zugehört, also NFTs und Kunst. Das ist nicht mehr wegzudenken eigentlich. Darauf haben KünstlerInnen gewartet, auf digitales Eigentum, auf diese Einzigartigkeit, die erzeugt werden kann mit NFTs. Und auch die verfolgen mit höchstem Nachdruck diese Technologie, die einfach so viel ermöglicht. Somit lasst uns zu meinem ersten Punkt kommen, dass NFTs wirklich ein Ding sind. Also ich bin auch ein kritischer Mensch. Obwohl ich sehr tief in dem Thema drin bin, frage ich mich immer wieder, okay, ist das wirklich eine Sache? Hat es Zukunft? Oder versuchen wir hier irgendwas heraufzubeschwören, was eigentlich gar nicht passt? Und ich würde behaupten, das kann man jetzt dann irgendwie mal in die Schublade legen, diesen Gedanken. Zum ersten Mal in der Geschichte wirklich der Digitalisierung, der digitalen Welt, die wir erschaffen haben als Menschen, ist es möglich, digitales Eigentum zu schaffen, indem wir uns alle auf eine digitale Wahrheit in der Blockchain einigen. Und das ist wirklich genauso groß wie der Besitztum in der reellen Welt. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist ein Konzept, das sich ganz gut durchgesetzt hat. Das hat alles so wirklich möglich gemacht, was wir heute haben. Sprich, Besitz ein ganz, ganz wichtiges oder Eigentum ein ganz wichtiges Thema. Und das haben wir jetzt auch digital mit Hilfe der Blockchain-Technologie. Und das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Es gibt auch Fälle wie völlig bescheuerte NFT-Projekte, die irgendwelche Lamas darstellen oder Frösche oder egal was. Natürlich ist das alles dabei. Wir sind am Anfang, diese Technologie zu erforschen. Und da gibt es Scams, da gibt es Sachen, die völlig idiotisch sind, die überhaupt keine Zukunft haben. Aber bitte nicht sich täuschen lassen. Die unterliegende Technologie, die Blockchain-Technologie, die ist the real deal. Und davon gehen auch ehrlich gesagt alle aus, selbst die Kritiker, die sagen, ja, okay, teure Affenbilder, sei jetzt mal dahingestellt. Aber natürlich ist da was dran, hier die Blockchain-Technologie zu nutzen. Und so würde ich das auch einordnen. All dieses, was wir aktuell sehen, was mithilfe der Blockchain und NFTs gemacht wird, ist eher nur erstmal ein Proof of Concept. Kann man mit dieser Technologie Probleme besser lösen als bisher? Und da hat sich gezeigt, in vieler Hinsicht ja, ob das nun Tickets sind oder eben digitale Kunst oder ob das andere Anwendungen auf der Blockchain sind, ob das im Gaming ist. Es gibt hier Möglichkeiten, die Sache sinnvoll anzuwenden und eine Interaktion herzustellen, die deutlich besser ist als im Web 2. Ganz abgesehen von der ideologischen Sache in Sachen Ownership Economy. Da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Also, NFTs für mich sind die jetzt erstmal gesetzt als Technologie. Und soweit können wir jetzt nochmal auf ein paar Learnings blicken, die ich aus New York mitgenommen habe. Und zwar, die Amerikaner gehen die Sache wirklich aggressiv an, entwickeln Anwendungen, die stürzen sich da drauf. Also, man merkt es richtig, ich habe diesen Spirit auch auf der Bühne wirklich aufgesaugt. Das ist, ja, das ist jetzt kein deutsches, sage ich jetzt mal, um den Stereotypen zu bedienen. Das ist hier hinterfragen, kritisch. Das hat alles seinen Platz. Aber was mich persönlich inspiriert hat, war hier zu sagen, okay, wir haben jetzt hier was. Wir wissen alle noch nicht genau, was es ist. Aber wir sehen da super viel Chancen. Wir stürzen uns jetzt da mal drauf. Wenn das nichts wird, dann ist es nichts geworden. Ja, von fünf Sachen sind vielleicht zwei was, wer weiß. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Das Schlimmste, was rauskommen kann, ist, dass wir was gelernt haben, dass wir hier was versucht haben zu bauen, was am Ende nicht funktioniert oder sich nicht durchsetzen wird. Aber wir haben es versucht. Und das würde ich gern, ja, mit zu uns nach Deutschland nehmen, diese Mentalität, die Sache wirklich einfach mal anzugehen und zu schauen, wie weit man kommt. Und dann kann man immer noch sagen, das passt nicht. Wir haben es gesehen mit Web2. Da spielen wir absolut keine Rolle in Deutschland und in Europa, ehrlich gesagt, auch nicht. Vor 20 Jahren das größte Softwareunternehmen war SAP. Das ist auch heute noch das größte Softwareunternehmen aus Deutschland oder wahrscheinlich sogar Europa. Und das ist einfach, ehrlich gesagt, traurig. Das ist nichts gegen SAP, sondern einfach, dass hier nicht mehr entwickelt wurde, während Amerika und China die Welt ehrlicherweise neu erfunden hat mit Social Media, mit Google, mit all den Sachen. Und so sehe ich das auch ein bisschen jetzt mit Web3 auf uns zukommen. Wenn wir da weiter abwarten, wenn wir zuschauen, wenn wir skeptisch sind, dann kann es sein, dass auch dieser Zug wieder ohne uns abfährt. Und das würde ich sagen, muss nicht sein. Es gibt so viele tolle Köpfe in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, die hier sich einbringen können. Und ich glaube dafür, ja, das ist mein kleines Plädoyer. Was auch durchgekommen ist, ist, dass viele Brands, die sehen einfach die Möglichkeit von NFTs, mit den KundInnen zu interagieren. Das ist eine neue Möglichkeit. Wir sind in Zeiten des Datenschutzes. Wir sind in Zeiten vom Spam und all diesen Sachen. Und jetzt sind NFTs ein Vehikel, wie man sehr viel direkter, ohne die dazwischen geschalteten Plattformen wie Facebook und Co. mit diesen NutzerInnen interagieren kann. Und da sind die wirklich, also die sprechen davon, dass das die größte Neuerung seit 25 Jahren in dieser Beziehung ist. Ich würde da recht geben, auch wenn ich jetzt die ganzen 25 Jahre nicht mitbekommen habe. Aber Unternehmen haben mit Hilfe von NFTs die Möglichkeit, tolle Nutzer-Experiences zu schaffen und gleichzeitig, ja, super Datensätze zu generieren, die aber nicht die Datenrechte von den Leuten verletzen. Weil ein Wallet, das hat keinen Namen draufgeschrieben. Man kann es tun im Fall von Ethereum, aber man muss es nicht. Und somit bleibt es anonym. Allerdings kann ich genau sehen, welche Transaktionen mit diesem Wallet ausgeführt wurden. und ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, die Details, die besprechen wir an anderer Stelle. Es sei gesagt, ich glaube wirklich, Brands Augen auf, da ist was. Die Amerikaner sind die Genies, die sind die Experten in Sachen Marketing und Branding. Die stürzen sich da drauf. Ist, glaube ich, wert, da auch mal drauf zu schauen. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum wichtigsten Punkt, den ich heute machen möchte. Und zwar geht es darum, wie bringen wir NFTs in die Masse rein? Wie wird das massentauglich? Da war im letzten Jahr vielleicht oft so der Gedanke, okay, wir klären hier alle auf. Und dann finden die das alle genial. Ja, wow, Blockchain, NFTs, ist ja alles super. Das ist aber, wie sich herausstellt, völlige Illusion und Irrsinn. Es interessiert die allermeisten Menschen nicht, ob da nun eine Blockchain im Hintergrund läuft oder ein Datencenter, ein zentrales, völlig egal. Am Ende des Tages muss es cool sein, es muss Spaß machen, es muss Mehrwert bieten. Und das hat jetzt die Industrie auch wirklich kapiert. Und zwar ist der Ansatz, eben Experiences zu bauen, die super cool sind, macht Spaß, aha, das mache ich jetzt mal und, oh, es ist auch noch ein NFT. Ja, das ist eher so zufällig so, ah ja, und das Ganze funktioniert mit Blockchain und NFT. Und das ist der Weg. Das ist auch der, ja, NutzerInnen freundlichste Weg natürlich. Und so macht es auch aus meiner Sicht Sinn. Es ist schön, dass wir da angekommen sind, vielleicht eher später als früher, ehrlich gesagt, als Industrie. Aber der Weg nach vorne ist jetzt, Applikationen, Experiences zu bauen, die einfach cool sind, die Spaß machen. Und im Hintergrund läuft dann eventuell eine Blockchain oder das Ganze hat mit NFTs zu tun. Die Nutzer, die NutzerInnen werden dann Schritt für Schritt schon sehen, aha, das ist ja ganz cool, dass das jetzt kein irgendwie Eintrag in der Datenbank von Apple ist, sondern dass ich das als NFT frei hin und her schieben kann. Ich kann es sogar verkaufen. Was ist denn da eigentlich dahinter mit dieser ganzen NFT-Geschichte? Und so würde ich unbedingt auch Unternehmen empfehlen, drüber nachzudenken. Es wartet niemand da draußen auf noch mehr NFTs, sondern die Leute da draußen warten auf coole Anwendungen, auf coole Experiences. Wenn das zufällig auch noch NFTs sind, wunderbar. Wenn nicht, auch gut. Und glaube ich, so würde ich es angehen. Also nicht andersrum. Ich glaube, viele setzen sich an den Tisch und denken, ach, wie nutzen wir denn jetzt irgendwie diese NFT-Technologie? Und das ist, glaube ich, nicht der Ansatz. Gut, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den ich euch nahe bringen wollte. Zum Schluss würde ich gerne noch auf eine Sache eingehen und zwar geht es hier um das Metaverse. Und ich spreche jetzt in der Definition, da gibt es verschiedene. Für mich lassen wir jetzt mal bei dem Beispiel das Metaverse eine digitale Welt sein, wie The Sandbox. Das heißt, ich gehe da rein und das ist ein geschlossenes System, es ist eine digitale Welt. Und da habe ich sehr viele Podiumsdiskussionen gesehen von Brands, aber auch von Agenturen, die passioniert über diese ganze Sache gesprochen haben und die jetzt alle ihre Kunden unbedingt sofort in dieses Metaverse, in die Sandbox bringen wollten und da super coole Experiences gemacht haben. Und da würde ich gerne mal meine Perspektive euch geben, um da vielleicht auch den einen oder anderen Fehltritt zu vermeiden. Und zwar ist es meine Meinung, dass solche Metaverses wie The Sandbox noch nicht angekommen sind. Das interessiert Stand heute fast niemanden. Mich als NFT-Nerd interessiert es nicht. Meine FreundInnen interessiert es auch nicht. Genauso wenig passionierte GamerInnen, mit denen ich gesprochen habe, die verbringen da keine Zeit. Also wir haben selbst, ich habe eine Gruppe, ich habe einen Discord, wir haben überlegt, wo wollen wir uns mal treffen, wollen wir uns mal im Metaverse treffen. Ehrlich gesagt, wir werden es machen, einfach um es gemacht zu haben, aber es ist noch keine coole Experience. Und ja, wir sind wirklich alle 24 Stunden NFT-Nerds. Von daher, einfach nur mal, um diese Perspektive zu haben, ist glaube ich wichtig für Marken. Das ist noch keine Sache. Was zum Beispiel echt eine Sache ist, ist Fortnite, was man auch als Metaverse bezeichnen könnte, ein Riesenspiel. Da ist es wieder eine ganz andere Geschichte, weil da Millionen von Leuten täglich abhängen. Aber in der Sandbox ist es nicht der Fall und somit würde ich Unternehmen empfehlen, sich vielleicht nicht unbedingt für ganz viel Geld diese Experience verkaufen zu lassen. Für manche macht es Sinn, einfach um dieses Zeichen zu setzen, um auch schon die Innovation anzugehen, Erfahrungen zu sammeln. Okay, wir wissen, wir wollen da auf jeden Fall stattfinden. Wie funktioniert denn das Ganze? Wie bauen wir internen Ressourcen auf, Kompetenzen auf und da ist sicherlich sehr gut, wenn man die Ärmel hochkrempelt und wirklich mal anfasst und die Sache austestet. Ansonsten, meine Empfehlung. Ich würde sagen, Unternehmen sollten sich definitiv aufschlauen. Glücklicherweise kann ich dabei helfen. Kleiner Pitch an dieser Stelle. Aber das macht einfach nur Sinn, weil das Metaverse wird kommen. Das ist meine Meinung. Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob man da wirklich viele Leute findet, die eine andere Meinung haben. Die Frage ist nur, wann. In meinem Kopf sind es fünf bis zehn Jahre. Kann auch schneller gehen, aber aktuell ist es noch nicht da. In dem Sinne von einer virtuellen Welt. Aber es wird kommen und somit ist es unheimlich wichtig, dass man als Marke, als Unternehmen hier Kompetenzen intern aufbaut, sich da fortbildet, um dann bereit zu sein, um dann zu wissen, okay, ab wann macht es denn Sinn? und dann einzusteigen und Investments zu machen in diese Form der Repräsentation. Am Ende des Tages geht es einfach darum, wo ist die Aufmerksamkeit der Menschen? Das ist ja, mein Hintergrund ist Marketing, Branding. Damit muss man spielen als jemand wie ich und muss das einschätzen können. Aktuell ist die Aufmerksamkeit der Menschen noch nicht in Metaverses wie in der Sandbox und somit ist es nicht größte Priorität, da stattzufinden. Das wird sich langfristig ändern, ob das nun die Sandbox wird oder nicht. Das wissen wir überhaupt nicht. Deswegen ist es da wirklich gar keine so schlechte Idee, ein bisschen abzuwarten. Ja, ich glaube, die Empfehlung ist klar angekommen. Ich freue mich, wenn ihr eine andere Meinung habt, die zu hören. Ich lerne da gerne dazu, aber das ist mein aktueller Stand. Und ja, ich glaube, abschließend will ich noch mal sagen, es war ein wirklich tolles Erlebnis hier in New York. Ich kann es jedem empfehlen, einfach diese Energie aufzusaugen, diese, ja, die Leute, ich weiß nicht, ob das in anderen Industrien auch so ist, aber ich glaube hier, da man dann natürlich auch viel gescholten ist von der Presse und Krypto ist ja alles ein Scam und NFTs sowieso und dass man jetzt hier 20, 25.000 Menschen hat, die sich alle damit beschäftigen, die da passioniert dabei sind, ist ein tolles Gefühl. Es fühlt sich so an, als wird hier was Großes entstehen. Die ganzen Celebrities und großen Firmen machen auch alle mit. Und ja, gestern hat zum Beispiel Cristiano Ronaldo eine NFT-Kollaboration mit Binance bekannt gegeben. Also das Thema wird weiter aufgerollt und wird sich aus meiner Sicht wirklich ultimativ durchsetzen. Was wir aktuell sehen, ist ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was NFTs sein können. Und ja, ich freue mich, da dabei zu sein. Ich freue mich, mit euch auf diese Reise zu sein. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Liebe Grüße aus New York und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020